Der Weltrekord mit 200 Kilogramm Reisen aus der Sowjetunion Häuser, Deutsche Demokratische Republik Vasily Alekseyev, seit 1970 ungeschlagener Weltmeister aus der UdSSR hat auch in Stuttgart keine Mühe, sich den Titel zu holen Er siegt mit 430 Kilogramm und kann es sich leisten, auf die jeweils letzten Versuche zu verzichten Sein Landsmann Aslambek Jenaldiev wird mit 422,5 Kilogramm zweiter vor dem DDR-Athleten Jürgen Häuser, der auf 420 Kilogramm kommt Gerd Bonk aus der Deutschen Demokratischen Republik scheidet beim Stoßen durch Totalversager aus Gerd Bonk aus der Deutschen Demokratischen Republik scheidet beim Stoßen durch Gerd Bonk aus der Deutschen Demokratischen Republik scheidet beim Stoßen durch Wester Wind und Get jury Whose outstanding Gerd Bonk-Gerd Bonk Gerd Bonk Racischer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020